In diesem Video erfahren Sie mehr über die wichtigsten Faktoren, die die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflussen und warum sie die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflussen. Lassen Sie uns zunächst die wichtigsten Faktoren aufzählen, die die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflussen. Konzentration, Druck, Temperatur und Oberfläche. Zuerst müssen wir uns darüber im Klaren sein, was Konzentration bedeutet. Konzentration ist ein Maß für die Menge oder Anzahl der Partikel in einem bestimmten Volumen. Die Konzentration kann entweder durch Erhöhung der Partikelanzahl bei gleichbleibendem Volumen oder durch Verringerung des Volumens bei gleichbleibender Partikelanzahl erhöht werden. Ein Beispiel ist die Lösung B, die mit einem Feststoff A reagiert. Nehmen wir Salzsäure, die mit Marmorspänen reagiert. Hier reagieren die H3O-Ionen aus der Säure mit den Partikeln der Marmorspäne. In einer verdünnten Lösung von Salzsäure gibt es nicht viele H3O-Ionen in einem bestimmten Volumen, die mit den Marmorspänen in einer bestimmten Zeit reagieren. Daher ist es eine langsame Reaktion mit einer niedrigen Reaktionsgeschwindigkeit. In einer konzentrierteren Lösung von Salzsäure befinden sich mehr H3O-Ionen in einem gegebenen Volumen, die mit den Marmorspänen in einer bestimmten Zeit reagieren können. Daraus ergibt sich eine schnellere Reaktion und eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit. Kommen wir nun zum Druck. Wie in unserem Video über die Zustände der Materie erwähnt, können Gase komprimiert werden, während Feststoffe oder Flüssigkeiten nicht komprimiert werden können. Druck wirkt sich daher nur auf die Reaktionsgeschwindigkeit von Reaktionen mit Gas aus. Betrachten wir zwei Gase. Wie in unserem Video Kollisionstheorie und Reaktionenteil 1 erwähnt, müssen für eine Reaktion zwischen dem Gas A und Gas B diese mit ausreichender Energie kollidieren. Eine Kollision, die zu einer Reaktion führt, ist eine erfolgreiche Kollision, sodass die Reaktionsgeschwindigkeit als eine Anzahl erfolgreicher Kollisionen zwischen A und B pro Sekunde betrachtet werden kann. Wenn der Druck auf diese Reaktion erhöht wird, nimmt das Volumen ab. Wie bereits erwähnt, führt dieser Volumenrückgang zu einer Erhöhung der Konzentration. Es kommt also zu häufigeren Kollisionen pro Sekunde und damit zu einer Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit. Als nächstes betrachten wir die Temperatur. Wie in dem Video Kollisionstheorie und Reaktionenteil 2 erwähnt, benötigen Teilchen eine bestimmte Menge an Energie, die Aktivierungsenergie genannt wird, damit ihre Kollisionen erfolgreich sind. Mit anderen Worten, damit sie reagieren können. Die Erhöhung der Temperatur erhöht die durchschnittliche kinetische Energie der Teilchen. Das bedeutet, dass mehr von ihnen über genügend Energie verfügen, um zu reagieren, was zu mehr Kollisionen pro Sekunde und damit zu einer Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit führt. Und zum Schluss die Oberfläche. Um dies zu verstehen, betrachten Sie die Reaktion zwischen Salzsäure und einem Marmorsplitter. Die H3O-Plus-Ionen aus der Salzsäure können nur mit der Oberfläche des Marmorsplitters reagieren. Wenn dieser Marmorsplitter in zwei Teile zerlegt wird, bleibt die Gesamtmasse gleich. Aber die Oberfläche hat sich vergrößert. Die H3O-Plus-Ionen aus der Salzsäure können nun in einem bestimmten Zeitraum mit mehr Marmorsplittern reagieren. Das bedeutet, dass eine Vergrößerung der Oberfläche zu einer Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit führt. Um es noch einmal zusammenzufassen, Konzentration ist ein Maß für die Menge oder Anzahl der Partikel in einem gegebenen Volumen. Mit zunehmender Konzentration steigt die Reaktionsgeschwindigkeit. Bei Reaktionen mit Gasen erhöht ein zunehmender Druck die Reaktionsgeschwindigkeit. Mit steigender Temperatur steigt die Reaktionsgeschwindigkeit und schließlich erhöht sich durch die Vergrößerung der Oberfläche die Reaktionsgeschwindigkeit. Die Reaktionsgeschwindigkeit